department store das Kaufhaus menswear die Herrenbekleidung women's clothing die Damenoberbekleidung Lingerie die Damenwäsche Perfume die Parfümerie Beauty die Schönheitspflege Linen die Wäsche die Wäsche Home Furnishings die Möbel Notions die Kurzwaren Kitchenware die Küchengerät China das Porzellan das Porzellan die Elektroartikel die Elektroartikel Lighting die Lampen die Lampen die Möbel die Möbel